Im Herzen des Amazonas Nach seiner Bestimmung Ich seh nicht aus wie die anderen, als geh mich von woanders her Und wagt den Sprung in ein außergewöhnliches Abenteuer Eigentlich bin ich ein menschlicher Prinz, der nur eine Prinzessin küssen muss, um sich wieder zurückzuverwandeln Hä? Was? Du machst dich also wirklich auf die Suche nach den Menschen? Na dann komm Eine Reise, die er ganz frosch angeht Ich heiße Kai, den Namen solltet ihr euch merken Es ist ein ganz besonderer Trunk für alle zukünftigen Herrscher An Orte, an denen noch nie zuvor eine Amphibie war Ribbit! Ich rette dich, Sandy! Hilfe! Wenn ihr nach oben wollt, dann sicher, sicher! Danke sehr! Demnächst in deinem Kino